Hallöchen, willkommen zurück bei Widget 5 nach 5 und das sind Hippo. Servus. Servus. Matze. Hallo. Sechsa. Moin. Und der Udi. Ja, servus. Servus. Und ich hexe ein wenig durch die Gegend heute wieder. Wer macht Jäger? Ja, gehe ich mal so eine Runde durch die Gegend. Okay, doki. Was ist denn das für eine Karte? Gibt es hier auch irgendwelche Geheimgänge ab Untiefen? Wenig bis gar nicht, die ist relativ offen. Ach, von wegen. Na toll, jetzt wo Uni jagt, machen wir eine einfache Map. Nee, nee, ist es nicht. Das ist keine einfache Map. Moment, einfach habe ich nicht gesagt. Die ist sehr interessant. Die ist schön. Okay. Achso, ich könnte mal auf breit klicken, ne? Ja. Könnte helfen. So, äh, ja, äh, 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 äh. Ich bin am Anfang mal so unentschlossen. So unentschlossen. Oh, scheiße, wo waren wir jetzt diese? Ey, kann man hier durch die Lüge gucken? Falls ja, kann man da was sehen? Ich bin soweit. Ey, das ist total dämlich, was ich jetzt hier gemacht habe. Boah, das hat ja auch nur wenig Leben, das Ding, was ich hier habe. Was ich hier bin. Die fliegen Hühner. Rappappappeng, rappappappeng. Ne? Boah, Ring. Ich finde sie eigentlich ganz schön. Jo, lass dich aushalten. Ihr habt euch irgendwie alle als so komische Gefände. Ja, ja. Das wird mal so festhalten. Also irgendwie, das sehen wir alle gleich aus. Der Map, irgendwie so ein Spezialversteck und du wolltest mir zeigen und dann kam die ganze Zeit die Map nicht. Ich weiß bis heute nicht, was es gewesen wäre. Du sollst doch stehen, Mensch. Achso, ich konnte da aber nicht weg, ey. Keine Chance. Hätte ich mich bewegt, wäre ich sofort dran gewesen. Das ist richtig. Ja, das war blöd. Irgendwie ist diese Versteckphase zu kurz. Wenn man die Maps nicht kennt. So. Mal komm, Uni, dann gucken wir mal. Ja, lass uns die mal fertig machen, die blöden Buben. Ja. Mein Versteck ist einfach zu gut. Zu gut? Ja. Ja. Das ist ein Traum. Da kommt aber auch keiner von euch hier. Das ist ja unglaublich. Ja, die ist gar nicht so klein, die Map. Mats. Mensch, du Haie, bleib doch mal ständig. Zückerl. Au. Der fliegende Fisch. Wo ist der Drecksfisch? Da hat's ausmusikt. Lied aus. Aber es macht Spaß. Hauptsache macht es Spaß. Ja, das ist das Wichtigste. Wo bist du hin? Du warst doch hier gerade noch. Bok, 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 bok. Oh, hier. Hühnchenalarm. Hühnchenalarm. Oh, meine Lieblingsgegenstände. So. Warte mal. Wir müssen zur Musik, der hat doch da irgendwas. Hier war Hühnchenalarm. Aber ich weiß nicht ganz wo. Hier. Wo ist er denn? Was ist denn der Xa da oben? Das ist was ganz Kohleres. Ja. Der ist ganz gerne mal ein Käse. Gib doch mal Hühner raus, bitte. Hier ist irgendwas heiß. Irgendwas heiß. Hol die Hühner raus. Also hier hinten ist nichts mehr. Andernorts heißt es, lass die Hunde los. Hier ist es dann halt, lass die Hühner los. Ist doch gar nicht. Ist doch nichts. Das Huhn rastet hier völlig aus. Das Ausrasthuhn. Ich weiß nicht, es guckt genau nach oben. Gibt es doch nicht. Ist das denn wirklich so, wenn das Huhn nach oben guckt? Ich habe das Gefühl, es guckt immer nach oben. Ich gucke mir auch, dass das Huhn schiebt. Du hast ja so einen Kopf lagen, wenn du die Folge siehst. Ich hoffe, auf meinen Huhn zu schießen. Das ist doch eine Stunde lang vorbei. Ich bin zu schreien. Es ist aber noch einer, oder? Das ist Gürjong. Da ist er irgendwo unten. Unten? Wie unten? Ja unten in der Höhle. Ist er in der Höhle? Ach, wo ist denn hier eine Höhle? Eine Höhle habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist die Höhle, Xa? Oh, 10 Sekunden. Du kommst, glaube ich, durch das Mal auch runter. Ja, super. Der Mond trifft. Keine Chance. Ja, huu. Da ist er ja schon. Guck, noch erwischt. Super. Hat man leider nicht mehr gezählt. Ja, das wäre es jetzt gewesen, wenn das gezählt hätte. Hätte ich laut Scheiße gebrüllt. Verstehe ich nicht, warum. Ach, das war ja herrlich. Äh, äh, Morgenstund hat, nee, warte, Mund. Hat Mundgeruch. Na, Morgenstund hat Mundgeruch. Ich glaube, so geht der Spruch. Er hat noch nie mal jagen, ja. Er hat gesucht, oder? Doch, der hat gerade angefangen. Ach so, dann ist der Hippo, der jetzt anfangen muss, oder? Ach so, dann fang ich an. Ja, ne? Womit? Mit Jagen. Nee, ich geh da raus. Genau. Hat der Hippo hat noch nicht, ne? Nee, nee, ich hab noch nicht. Da kommst du nicht drumrum. Du bist blöd bereit. Das ist immer so weit unten rechts. Das sieht man nie. So, tut euch verstecken. Was nehm ich denn? Akoya, möchten Sie sich auf mich, äh, auf mich niederlassen? Oh ja, 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 Moment, stell dich mal hin. Äh. Shift, shift. Shift, shift. Shift. Was habt ihr denn da für ein Mist? Ich will's nicht wissen. Es sieht schlimm aus. Ich komme. Oh. Oh, okay. Wo ist er denn? Der Loser-Typ. Da hinten hab's doch rum. Kitzel, du bleib still, du machst deine Deckung. Ich deck dich dran. Da kommt er eingehoffelt. Ach, das ist ja Matze. Ja, hallo. Guten Tag. Oh, hier. Ach, Matze. Gleicher Geschmack, ja? Ja, ja. Ja, ja. Hängt die jetzt alle aufeinander, oder was? Das ist doch nicht. Ja, das ist einer, das ist alle. Ich muss hier weg. Willst du den Herben rumoxidieren? Ich finde das super. Alter, geht's noch größer? Ich hab's übergelegt. Was machen wir jetzt? Wir will Heulballen, aber so 8 Meter im Durchmesser. Oh Mist. Ja, Matze, der Super Pro. Aber ich weiß, wo die anderen sind und ich weiß, was sie sind. Ach so, scheiße. Tja, das muss ja nichts heißen. Ja, jetzt schon nicht mehr, ne? In welche Richtung muss ich denn Musike? Weiß ich nicht, wo die jetzt noch sind, gell? Ach, die haben sich nicht bewegt, glaub ich. Doch, hier, guck mal. Ich hab was gefunden. Schau mal, ich guck mal. Nein, nein, nein. Ah, ja, das klingt gut, das klingt gut, das klingt gut. Wo ist der Stuhl? Da hinten, der Stuhl da, der Dumme. Der macht hier grad Stuhlgang. Oh nein, jetzt bin ich durch so einen Pilz gelaufen. Ah, hat ihn doch. Nein, nein, scheiße. Ich dachte, der Pilz reicht noch. Oh Mann. Ich geh halt immer mal gerne von oben gucken, was da so los ist. Und hier flog doch auch was durch den Raum. Jemals. Aber ich, sag mal, wenn man da die ganze Zeit hängt und sich nicht bewegt, dann ist das doch auch langweilig. Es ist langweilig, ja. Ja, gut. Ich hab doch grad hier noch was gesehen. Hier ist was bei mir. Ha! Nein. Das ganze Gebäude. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Fang das scheiße aus. Das lief echt kacke, würde ich sagen. Ich hatte mich kurzfristig tatsächlich fürs Scheiß aus entschieden. Woher kommt da so gut rum und dann schießt er auf dieses Kack-Ding. Auf das Kack-Ding, ja. Ja. Scheiße, genau. So ist es. So, wo ist denn jetzt hier das EZ? Den finden wir jetzt auch noch. Das EZ. Nein, 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 nein. Ich hab ihn doch schon. Hier ist er doch. Voll zwei Seiten, wie hieß. Aber scheiß aus war nicht die beste Idee. Das war wirklich nicht die beste Idee. Na gut, die war ungefähr mindestens genauso dämlich wie 8x8 Meter Heu-Bahn. Ja. Das ist wohl wahr. Nee, das war super. Da konntest du nicht mehr für fehlen. So, jetzt ist Matze wieder dran mit Jagen, gell? Ja, gerne. Ach du, auf der Map, oh je. Was hab ich denn jetzt hier? Ach, Besitz ergreifen hab ich jetzt auch. Oh, das hab ich jetzt auch, ja. Das ist grandios. Ich probier's einfach mal aus. Ja, sicher. Aber die Pilze fand ich bisher nicht so gut. Ja, doch, die waren ganz hilfreich. Ich hab dich so mit der letzten Kartoffel getroffen. Ansonsten wärst du, glaub ich, erst mal weg gewesen, weil du siehst echt kaum noch was. Das stimmt. Ja, aber ihr wart ja zu zwei zu dem Zeitpunkt. Es ist... Ah. Ja. So. Nodorn, versteck mal uns mal. Macht mal, ich hab was Neues im Gepäck. Da war ein Sprungdreck. Hörst du nur? Warte mal, wie ist denn jetzt das Besitz ergreifend? Ist das linke... Ne. Das ist die Taste, wie in der du eigentlich geflogen wärst. Oder bist. Das war dann... Rechte Maustaste. Ja, richtig. Danke, danke, danke. Danke. Ich war mir nicht ganz sicher. Ome und zwar jetzt Ich doch Ruhig Psst Der Musik kommt Nicht so schwer atmen Na, da randelt er doch schon Obja Ups Besser Besser Noch besser Viel besser Boah, dieses Besitzergreifen ist echt super Auch zum Fliehen, ne? Jo Da klickst du einfach irgendwo drauf und dann bist du es Und man bewegt sich halt nicht mehr Das Besitzergreifen ist ein Megaskill Ja, ja, ich weiß Ich nutze den ja nicht erst seit gerade Aber der Gegenstand ist dann weg Ja, genau Du bist der Gegenstand Ja, aber wenn man dann in einen anderen Besitz ergreift Dann ist der weg, der Alte Das stimmt Der Alte ist dann weg Ah, hin und her wechseln ist also nicht Okay Oh, wollte ich doch gar nicht Doch, mach mal nicht Ich hatte mich vorhin auch einmal verklickt Das war echt blöd Ach, Koja, das ist ja Herz allerliebst Herz allerliebst Zum Durchgucken ist das Ich sehe ja nur einen Umriss Ich sehe ja nicht, was da ist Da hat jemand Spaß Merkt man gar nicht Oh, was ist das toll Ich würde sagen, das ist guter Rad teuer Ich habe da ein Rad für dich Lass uns doch mal beratschlagen Wir haben auch echt kein Lebenszeichen Ja, also Matze, das war nix bisher Läuft nicht gut, ich geb's zu Komm, wir helfen dir mal ein bisschen Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Spiel ziehen Oh, ich wollte das auch gerade sagen Hallo, Matze, hier Oh, ich sammle mal die Dinger ein, die du fallen lässt dir Ich bin ja schließlich ein Rad Dann kann man auch Ich bin ja schließlich ein Rad Ja Ey, das geht jetzt mal echt überhaupt nicht Ich sag euch mal, was ich gleich gemacht habe Das kommt nicht gut zu Also nicht weiter zu empfehlen Aber du eierst ein bisschen Ja, ich eier ein bisschen Das läuft nicht mehr ganz rund bei mir Das ist meins Hau ab, ist meins Wen haben wir denn hier? Das ist, das ist Trottelchen Was? Wo? Ach, guten Tag Guten Tag Halt ihr Schweine denn? Ja Ich nehm mich mit Oh, geht nicht Ne, wohl nicht Rad hab ich mittlerweile gefunden, aber da ist keiner mehr drin Keiner mehr drin Komm, wir rollen nicht am bisschen rum Na, warte mal Jetzt hast du den Salat Nö, nö Ah, verdammt Ich hab dir gesagt, jetzt hast du den Salat Weil der so ein Anti-Zauber-Moppet dahin geworfen hat Ne, ne Saugfalle Ah, Anti-Zauber-Moppet, das ist ja ganz fies Oder ne Saugfalle Was ist ne Saugfalle? So was kennst du ja Dann helf ich mal dem Matze, weißt du Jetzt verliere ich auch noch Ja, jetzt Saugfalle ist zwar cool, aber gar keinen Huhn dafür zu haben, geht gar nicht Gar kein, du hast keinen Huhn? Ich hatte keinen Huhn Ne, das ist blöd Nee, das kannst du vergessen Ja, ich wollt's mal testen, also war nicht gut Ne, war nicht gut Ach verdammt, und ich roll da vor seine Füße und denk mir, da hat er da einen Anti-Zauber-Bums Das sind Anti-Zauber-Rums Ah, Fiskers-Dead Ne, Fiskers-Dead hatten wir schon Achso? Ja, dann Ja, die Hula-Hula, die hat auch Machen wir es jetzt trotzdem nochmal Machen wir es jetzt allen Trotz Okay Wer war denn da, Matze dran mitsuchen? Der Xa Ist doch wurscht, einfach wer keinen Bock hat, muss machen Achso, ja, dann Xa hat keinen Bock Boah, ich möchte jetzt endlich diesen anhänglichen Luag haben Ja, ich auch Die Vordrahe ist so viel versprecht Der ist wirklich cool, ich hab ihn ja schon Aber kostet halt auch viel, ne? Obwohl, ne, weniger als die Pilze sogar Na gut Bereit, schauen wir mal Ach, das ist das, ach, das ist das, okay Ach, das ist das Ach, das ist das Ach, das ist das Ja, das ist das Ja, ja Das ist mein Bumper Mein Bumper Ja Umperlumper Bumper Umperlumper Ich, oh, das will ich sein Ja Das will ich sein Das wollte ich schon immer mal sein Hier kannst du alles sein, was du willst in dem Spiel Also ich fand dich vorher als Fisch hervorragend Also Der Fisch nun mal ist großartig, oder? Ja, hast du hervorragend gespielt in Fisch Vor allen Dingen aus meiner Perspektive war es einfach so toll Ich finde, der hat auch ein bisschen so gerochen Na warte Ich hatte gerade auch schon einen doofen Spruchparad Ich hab ihn mir dann Gott sei Dank verknüpft Ich mag dich sehr dafür, Sani Aber nur dafür Ich kann mir sowas nicht vergleichen Dann krieg ich wieder Bauchschmerzen und werd nachts wach und so Und ich muss halt auch Die Blähung Erbrechen Also Sani ist schon wieder mal kein Scheißhaus, ja? Nein Noch nicht, noch nicht Noch nicht, noch nicht Was kommt denn da? Das ist doch erbärmlich Erbärmlich? Das muss ich mir mal von vorne angucken Das ist super Ach, bist du hübsch Ja, Sani, das war scheiße Also hinter Mistfink Da kommt er ja Ey, nicht können wir unter Schnee Unter Schnee Ich hab dir übrigens gerade den Arsch gerettet, Uni Dankeschön Ich hab dem Xane mich direkt fast vor die Schnauze projiziert Was er die ganze Zeit gejagt hat Oh, das ist ja nett, aber lieb's Komm her, du, Fred Ich wollte dich nicht beleidigen, klar Ich hab's geschafft, oder? Komm her, du, du Leiter, du Scheiße Scheiße, ausgleich Alter, wir sind ja schon leid, da ist einer auf Nein Auch ein Fred macht sich besser Aber er hat sich schön totgestellt Ich weiß, der eine ist nach unten abgehauen Nach unten Nach unten, dann gehen wir doch mal runter her WTF? WTF? Hier unten, was machst du? Ja, hier, hier Eier hat die Muschel vorbei, aber die Äh Wer haben wir denn jetzt noch? Wer fehlt denn noch? Ach, der Hippo, ne? Der Hippo Ach, das war ne Elu? Du bist so ein Penner Wie geil ist das? Kennt ihr das, wenn man so ein Laserpointer vor ne Katze auf dem Boot hat? Das hab ich die ganze Zeit mit Xa jetzt gerade gemacht Ja, und ich hab mich gewundert, warum man drauf schießen kann, aber nichts passiert So ein Arsch Suchen, suchen Er steckt da oben nur, Sanne, suchen Wir müssen ihn finden Unfasslichbar Hm Habt ihr irgendwo, irgendwo ein Huhnzeichen, irgendwas? Ich hab vergessen, das Huhn zu nutzen, ich hab immer noch die blöde Saugpahle Das, das ist wieder dieses dämliche Nicht das Saughuhn? Es saugt und bläst der Einzelmann Guck noch mal im Keller hier Ja, da hängt er ja rum In der Mitte beim Drahen Neininneinnein NEIN Na, ich hab' kräst Gib... gimme aus der Sonne Moza, Moza Irgendwo hier musst du rumhoppeln Ah, ich hab' ihn glaub' ich hier Dieses Ding hier Ne, doch nicht Kosta sit doch nicht Jatatatapeng Mein Hum schlägt auch nicht mehr Alarm Ja, der hat sich irgendwo verkrömelt hey, dieser Sack die sind keine Säcke keine Ahnung, wo der Sack ist ah, da ist er ist er nicht du bist doch ein Arsch das gibt's einfach nicht da ist die Katze wieder hinter dem Laserbrot zeig dich, wo bist du? hier, hier im Stuhl ach, das ist doch nicht wahr nicht dein Ernst so ein Zack bis dahin, macht's gut tschau tschau